servus youtube liebe apex fans willkommen bei starfox gaming im heutigen thema möchte ich mir mal links zu apex legends anschauen apex legends anschauen und zwar geistern da ja einige im internet herum und für mich am interessantesten war der liegt zu den fähigkeiten der klassen jeder hält hat ja oder ist einer klasse zugeordnet und die sollen nun aufgewertet werden oder eine klassenfähigkeit bekommen und zwar auf twitter habe ich das gefunden bei lud games ich verlinkt das dann auch beginnen wir mal mit der aufklärer klasse in der aufklärer klasse sind platte und crypto und befinder die alle als alle drei helden soll nun in zukunft dieses service bieten nützen können also dieser bieten den blatt verhinders kennen kann damit man die nächste ringposition sieht was blatt was baffender dafür als alternative bekommt da ja er die funktion jetzt nun teilen muss das geht allerdings aus den leagues noch nicht hervor dann haben wir die verteidiger klasse mit gibraltar watson und kustik die sollen squad member wiederbeleben können und dann zwar mit schild sowie das bis jetzt der goldene rucksack gemacht hat was dann wiederum mit den goldenen rucksack passiert geht aus den leagues nicht hervor denn der verliert er dann seine funktion und warum sollte man dann den goldenen rucksack noch weiter verwenden dann haben wir noch die angreifer klasse mit bangalore rave mirage revenant und octane die sollen alle einen zusätzlichen oder zwei zusätzliche slots für granaten bekommen das heißt zusätzlich zum rucksack gibt es zwei extra slots die nur diese klasse hat und damit können sie dann im haupt wahrscheinlich auch im endgame hauptsächlich mit zwei granaten extra noch mal ordentlich druck aufbauen und zu guter letzt haben wir noch die support klasse hier ist lifeline bis jetzt alleine kann sein dass mit dem nächsten update auch loba hinzukommt loba das ist das kleine metern im revenant trailer die wird auch schon als nächster charakter angeführt wer weiß ob es kommt oder nicht und bei lifeline ist so die soll extra loot finden in loot boxen das sind dann wahrscheinlich blaue loot boxen oder nur für sie als blaue loot boxen gekennzeichnet und da soll sich eben extra support loot drinnen befinden heilpakete schildzellen die sie dann extra mittragen kann und verwenden kann und mit den anderen helden teilen kann das ganze ist natürlich mit vorsicht zu genießen es sind liegt die dateien sind in einen ordner der sehr wahrscheinlich oder bis jetzt immer verwendet wurde um sachen dann mit dem nächsten patch ins spiel reinzuladen also es ist sehr wahrscheinlich aber ausgeschlossen ist natürlich nichts kann auch sein dass das ganze sich im endeffekt als große ente herausstellt aber es ist ziemlich sicher also der league der leaker hat schon öfters sachen herausgefunden was ich dann auch bestätigt haben dann wurden noch e-mails in den spiel dateien gefunden das sind kleine tänzchen oder einfach so sponpa nadeln blau was die charaktere auf knopfdruck ausführen können dass wenn man einen gegner weggeschnetzelt hat ein kleines tänzchen aufführen oder wenn gerade nichts los ist dann im kreis tanzen a la fortnet oder was keine ahnung was das soll aber wird vielleicht ganz witzig und ein paar animationen gab es da schon zu sehen hier ist die vom bear finder könnt ihr mal anschauen hier ein paar andere hat es auch noch gegeben aber die habe ich jetzt nicht abgebildet könnt ihr ja auf twitter anschauen ich habe den link hier unten drinnen ja das war es von mir zu den leaks ich hoffe es war interessant für euch mal schauen was auch wirklich kommt lasst mein abo da ich freue mich auf neue videos macht riesen spaß und tschüss bis dann euer starfox